Deswegen bin ich gegen den Regen, der Regen hört nicht auf mich aufzuregen, Regen macht mich tierisch depressiv. Suchen wir also Schutz vor Wind, Wasser, Wetter und feiern Indoor Geburtstag. Bruno Spengler, jetzt 29 Jahre alt, wir gratulieren. Und lassen es jucken mit Christian Vitores. Kitesurfen Donnerstag, als es noch sonnig war in Zandvoort. Erste Geh- oder Schwimmversuche? Dann aber geht das richtig gut beim Eiffeler Jung. Hoch hinaus auf leichte Art. Nur die Wasserspiele gehen danach erst so richtig los. Immer fort und immer wieder. Schlägt er nieder, schlag mich nieder. Regen find ich mega, mega negativ. Finden auch Holländer, wenn sie deutsche Fußball spielen sehen. Deshalb verschwinden die Bus Timo Scheider und Mike Rockenfeller in die Dünen. Keine Spur von Lama Reikert. Dennoch wechseln sie auf Volleyball. Auch hier, nach dem Fanjal-Motto, Tod oder Gladiolen. Speed oder Kapriolen? Eher die Devise bei unseren Münchner Freunden beim Blowkart-Fahren. Vier Räder, Gestell und Segel. Mehr braucht man nicht, um sich einfach mal treiben zu lassen. Ah, ist das nicht schön? Sommer, Sonne, Surfvergnügen. Auch dies übrigens Bilder von Donnerstag. Warum kann es in Zandvoort nie mal ein gesamtes Wochenende so sein, Gottverdumme? Aber am Ende gilt, bei jedem Wetter. We never drive alone. In diesem Sinne, bleiben Sie trocken.